Den wichtigsten Punkt, den du machen solltest, wenn du auf eine Messe gehst, um dich selbst zu präsentieren. Video-Do, einfach bessere Videos machen. Geht nicht darum, dass du direkt irgendetwas verkaufst, dass du dem Kunden sagst, hey, ich mache hier Image-Videos, ich mache das, ich mache dies und buchen sie hier sofort. Nein, der wichtigsten Punkt, den du machen solltest, ist Kontakte sammeln. Und zwar im Austausch zu irgendeinem Mehrwert. Und zwar hilfst du dem Kunden quasi gratis und dieser Kunde gibt dir auch gerne gratis dafür seine E-Mail-Adresse zum Beispiel. Du hast dann seine E-Mail-Adresse, kannst ihn jederzeit wieder anschreiben und ihm immer noch weitere Tipps geben. Ich habe dir bereits schon mal diese sieben Kontakte-Regeln erklärt. Wenn du nicht weißt, hier oben ist das Video, guck einfach nochmal nach und ich würde mich freuen, wenn du da auch nochmal einen Daumen hoch lässt und sagst, ja, das Video ist cool, das gefällt mir, das ist wirklich Mehrwert, den ich bringen kann. Dann geht das weiter, wenn du jetzt diesen Kontakt gesammelt hast, mach dir einen sogenannten Funnel, also so einen Trichter, wo du jetzt ganz viele Kunden hast und dann sagst du, okay, dieser Kunde hat Interesse, das wird weniger und immer mehr, bis du im Endeffekt zum Schluss zu einem Auftrag kommst. Wenn du einen Auftrag generiert hast, das ist das Ziel, am besten auch einen hochwertigen Auftrag, sag ich mal, viel Geld kassieren kannst, um besser produzieren zu können, um besseres Equipment, um dir vielleicht noch Assistenten einzukaufen oder dein Unternehmen einfach wachsen kann, umso größere Aufträge du hast. Wenn du das alles gratis für Nulu machst, dann bringt das nichts. Dann kannst du dein Unternehmen nicht größer machen, dann bleibst du immer ewig da hängen, wo du immer bleibst. Und zwar ist es ganz wichtig, bei diesem Trichter, den ich ja vorhin meinte, du hast jetzt Kontakte gesammelt, du hast jetzt E-Mail-Adressen und baust immer mehr Mehrwert und mehr Vertrauen auf. Das ist das Allerwichtigste, indem du einfach Vertrauen aufbaust zu dem Kunden, dass er so viel Vertrauen zu dir hat, dass er dir auch ruhig gerne einen fünfstelligen, einen sechsstelligen Betrag überweist und sagt, hey, hör mal zu, du machst das, ich weiß, du kannst das, weil er dich vorher schon kennengelernt hat. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich riesig freuen, mehr von dir zu hören. und schreib einfach in die Kommentare, was du für Erfahrungen hast. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao, dein Sven Sulik. Video Du. Einfach bessere Videos machen.